Tom ist bald mit der Schule fertig, aber was kommt danach? Soll er sich jetzt schon für eine Ausbildung entscheiden? Wie kann er herausfinden, was er überhaupt will und was zu ihm passt? In einem freiwilligen sozialen Jahr, dem FSJ, könnte Tom spannende Einblicke ins Berufsleben bekommen und sich persönlich weiterentwickeln. Vor allem kann er eigene Erfahrungen sammeln und etwas wirklich Sinnvolles tun. In der Lebenswerkstatt kann Tom Menschen mit Behinderung helfen, ein möglichst normales Leben zu führen. Das fängt schon zu Hause bei ganz alltäglichen Dingen an. Auch in der Werkstatt kann Tom den Bewohnern der Lebenswerkstatt unter die Arme greifen, wenn es nötig ist. Und der Spaß kommt natürlich auch nicht zu kurz. So ein FSJ ist enorm abwechslungsreich und hilft allen. Vielen anderen Menschen und klar, auch Tom selbst. Während seines FSJs verdient Tom jeden Monat 475 Euro, hat 30 Tage Urlaub und kann an spannenden Seminaren teilnehmen. Nach dem FSJ kann er direkt eine Ausbildung in der Heilerziehungspflege starten oder sich die Zeit als Vorpraktikum oder Wartesemester anrechnen lassen. Tom weiß jetzt, was er nach der Schule machen möchte. Du auch? Mach dein Freiwilliges Soziales Jahr bei uns. In der Lebenswerkstatt. Bewirb dich jetzt auf die-lebenswerkstatt.de